die außen dauer hier im osten ist nun auch komplett vielleicht wären da ein paar radare entlang nützlich aber hier von dieser seite sollten wir sicher sein hier unten habe ich noch nichts gemacht aber wenn wir die verschmutzung anschauen nicht so tragisch weil hier haben wir große waldgebiete die schlucken doch einiges aber von dieser seite da kommt noch was und wahrscheinlich auch von hier oben das wird das nächste mauerprojekt sein und wenn ich jetzt hier mal schaue hier haben wir noch zwölf drin acht haben wir verbraucht das schaut doch ganz gut aus wir haben hier immer wieder so peaks das kommt von den laser türmern da schießen sie aber nun haben wir noch was anderes hier ist nun alles voll gelaufen weil wir nichts mehr forschen alles ausgeforscht aber hier da kommt gar nichts und warum kommt da gar nichts gehen wir gleich mal schauen rohöl haben wir genügend wir haben zu wenig flüssig gas ich würde behaupten weil wir hier voll sind und hier hinten sehen wir die machen uns das leben doch etwas schwer ich brauche ein paar chemie fabriken dafür brauche ich wahrscheinlich etwas stahl etwas eisen und dann können wir versuchen etwas für ausgleich zu sorgen denn wir können auch das schwer öl und das leicht öl zu flüssig gas verarbeiten schwer öl habe ich fast keines es ist nur das leicht öl das hier etwas zu schaffen macht wir können schwer öl zu leicht öl machen und leicht öl zu machen wir doch hier einfach mal zwei solche hin und natürlich keine rohre wieso sollte es auch anders sein und die violetten staunen sich inzwischen auch das heißt wir werden wahrscheinlich bald einmal an die gelben fläschchen dran müssen aber ich muss mal schauen sobald ich genügend lasertürme habe werde ich auch die mauer rechts noch machen aber möglicherweise haben wir momentan etwas wenig und das ist von 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 dafür. hier müssen wir ans wasser rankommen machen wir hier unten so so dann hier einmal so hier machen wir 5 nach dem gleichen schema alles schön verbinden so sie sind nun mit pumpe aus da wollen wir nur pumpen wenn wir dem mehr als wie viel 10.000 bin haben so und auch hier wollen wir auch eine pumpe die geht daran wenn wir da mehr als 10.000 drin haben dann pumpen wir auch hier und das ganze muss dann auch hier wieder raus und dann hier rein sehr schön und da kommt schon mehr kunststoff raus sehr gut so lasse ich mir das doch gefallen dann schaue ich mal hier oben nach wie es denn mit unseren lasertürmen aussieht ok da haben wir ein paar ich bin mir nicht sicher ob die ausreichen ich denke wir können hier zu machen kürzeste route aber ich mache das zwischen dieser und der nächsten folge und das sollte hoffentlich unsere produktion hier von den roten chips in gang bringen und dann denke ich mich hier mal ein was ich für den mauerbau brauche und dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder wo wir hoffentlich die gelben fläschchen angehen können also bis dann und tschüss